Das ist ja wie ein Teleprompter. Läuft das ja durch. Na ja, wie Karaoke. Mit dem Text. Ja, man kann nicht alles auswendig machen. Nee, kannst du ja auch nicht. Ja, genau. Kannst du ja alle spielen, aber warte mal. Genau. So war das ja? Genau. Ist das eine geile Note? Genau. Jetzt reicht es. Was macht deine Baby-Martin? Noch nichts irgendwie. Nee. Nee, wie geht's denn das? Das ist eigentlich nicht so nett. Ach so. Hast du ja schon gesagt. Genau. Also, aller Weltslinie eigentlich. Ja. Aber was sie damit gemacht hat, ist geil. Wie sie die Melodie, wie sie die Dinger setzt. Das ist das Geniale. Wie wir gerade auf Spotify im Akustik-Ava-Kanal sämtliche Songs, die man kennt, einfach wirklich urakustisch, mit anderen Interpreten kennt und auf eine andere Art und Weise interpretiert. Das macht mich ja so irrer, weil das ist eine richtig tolle Sache. Stimmt, du hast die Metrik? Ja. Doppelt. Den A. Also A doppelt. Doppelt, ne? Ja. Also A zweimal. Dann wieder wechselt. Dann wieder wechselt. Dann wieder wechselt. Ja. Ja. Nee. Alles doppelt. Alles doppelt, ne? Alles doppelt. Eben, ja, ja. Dad. Ja. E-moller Es ist E-Boy, das ist genial. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020